In Berlin begrüße ich Martin von Marschall, Mitglied im Bundestagsausschuss für europäische Angelegenheiten mit besonderem Blick auf Frankreich. Welche Beobachtungen beim Merkel-Macron-Treffen stimmen Sie denn positiv, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit wirklich neuen Schwung bekommt? Ja, guten Tag aus Berlin. Also ich habe wahrgenommen, dass erst mal dieser Besuch direkt nach der Amtsübernahme ein ganz wichtiges Signal ist. Und wir können eben wirklich von Glück reden, dass wir mit Emmanuel Macron jetzt einen französischen Staatspräsidenten haben, der ganz, ganz europaorientiert ist und der auch Deutschland zugewandt ist und der weltoffen ist. Und das ist, glaube ich, für eine gemeinsame Arbeit in der Zukunft sehr wichtig. Wie genau können die beiden denn Europa reformieren und dabei auch, was ja wichtig ist, die anderen Amtskollegen mitnehmen? Ja, wir haben ja in der Europäischen Union die Diskussion, wie wir nach vorne gehen wollen. Das Juncker-Papier zeigt da unter anderem die Möglichkeit, sich auf wenige große Aufgaben zu konzentrieren, die eben einzelne Mitgliedstaaten alleine nicht lösen können. Und ich habe den Eindruck, dass dafür bei den Mitgliedstaaten auch eine Mehrheit zu gewinnen ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, Schutz der Außengrenzen, Terrorbekämpfung, aber auch Wettbewerbsfähigkeit, ein Forschungsverbund, eine digitale Europäische Union und auch eine Energieunion, die uns unabhängig macht, das wären einige Themen, wo wir zusammen mit Frankreich die Europäische Union nach vorne bringen können. Nun hat das deutsch-französische Verhältnis über die Jahrzehnte schon eine große Bedeutung gehabt. Immer wieder wurde auch von so etwas wie Kerneuropa gesprochen. Welche Rolle spielt dieser Gedanke zum Beispiel weiter? Ich denke, das wird auch in Zukunft sehr wichtig sein, weil ich schon überzeugt bin, dass Positionen, die Frankreich, und Frankreich hat nicht immer unsere Perspektiven vertritt und Positionen, die Deutschland vertritt, wenn sie dann zusammenfinden, auch die Chance bieten, dass ganz Europa, dass die anderen Mitgliedstaaten dann folgen. Das heißt, der Kompromiss, den Deutschland und Frankreich ausarbeiten, das ist dann sicher auch das Vorbild und vielleicht der Ansporn, damit alle anderen Mitgliedstaaten auch folgen. Ansporn klingt gut, aber wo gibt es Probleme? Wo stimmen die nicht überein, die beiden? Also es ist vorhin schon angeklungen, Frankreich hat große Aufgaben im Inneren vor sich. Und das betrifft vor allen Dingen die Reformen in der Wirtschaft. Macron hat keinen Hinweis gegeben, dass die 35-Stunden-Woche zur Disposition steht oder dass das Renteneintrittsalter verändert werden soll. Da sind wir aber auch sicher nicht diejenigen, die da Ratschläge geben dürfen und sollten. Das muss Frankreich selber auf den Weg bringen. Vor allen Dingen die Bürger in Frankreich selber, die häufig sehr große Hoffnungen in ihren neuen Präsidenten setzen. Aber wenn es dann an die Umsetzung von Reformen geht, auch schnell mal mit großen Demonstrationen auf der Straße sind. Und diese Diskrepanz, die besteht in Frankreich und man wird sehen, ob Macron in der Lage ist, seine Landsleute zu überzeugen, dass jetzt entschlossene Reformen notwendig sind. Für diese Überzeugungsarbeit braucht er natürlich weiter auch ein starkes Team, das ja nun gerade gebildet wird. Deinen neuen Ministerpräsidenten hat er ja schon, aber es fehlen ja noch einige in diesem Team. Worauf kommt es da genau an? Also ganz spannend werden natürlich die Parlamentswahlen jetzt. Und deswegen war es sicher ein kluger Schachzug, Edouard Philipp, einen moderaten Republikaner, zum Premierminister zu ernennen, weil das schon mal ein Signal nach vorne ist. Ich denke, dass bei den Parlamentswahlen die Republikaner, wir haben ja in Frankreich Mehrheitswahlrecht, sehr, sehr viele Wahlkreise gewinnen werden. Und deswegen ist es gut, sich mit ihnen auch im Vorfeld schon mal einigermaßen ins Einvernehmen zu setzen. Auf der anderen Seite muss er, und das hat er auch schon getan, versuchen, wirklich ein Präsident der Mitte zu sein. Und insofern auch mit den moderat-sozialistischen Kräften gut zurecht zu kommen. Moderat, sage ich, weil wir auf der anderen Seite ja auch erlebt haben, wie radikal auf der ganz linken Seite bei Mélenchon die Töne waren. Martin von Marschall war das. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Vielen Dank.